Willkommen zu den Lockdown-News. Heute beschäftigen wir uns damit, wie uns der Kapitalismus in die dritte Corona-Welle steuert, wie die Stadt Bremen DemonstrationsanmelderInnen einschüchtert und wie die Versionen zum Tod des 19-jährigen Geflüchteten Kossei K. auseinandergehen. Kommen wir zum ersten Thema. Deutschland steht möglicherweise am Anfang einer dritten Corona-Welle, zumindest laut den Zahlen, die das Robert-Koch-Institut zusammengefasst hat. Seit Beginn der Woche gibt es wieder einen Anstieg der Infektionszahlen. Die Inzidenzwerte liegen um 17% höher als in der Vorwoche. Einen genaueren Eindruck von der Entwicklung schwerer Verläufe bildet dabei die Anzahl der Menschen auf den Intensivbetten. Hier sank die Zahl auch in dieser Woche weiter leicht, bleibt aber auf einem Plateau stehen, welches etwa so hoch ist wie am Höhepunkt der ersten Welle. Das Robert-Koch-Institut fasst deshalb die Lage so zusammen, Zitat, wir stehen am Anfang einer dritten Welle. Für Ostern wird eine Horror-Inzidenz von 350 prognostiziert. Heute liegt sie bei 81,5. Sollte es wirklich so kommen, heißt das, dass die Pandemie weitere tausende Todesopfer fordern wird. Es bleibt abzuwarten, wie die Regierung reagiert. Erst vor kurzem hatte sie einige Lockerungen in Aufsicht gestellt und zum Teil auch ab sofort beschlossen. Viele sind aber erst diese Woche in Kraft getreten und dürften sich eigentlich deshalb noch nicht so in den Zahlen widerspiegeln. Natürlich kann man nun darüber diskutieren, ob schon die Ankündigungen von Lockerungen zu leichtsinnigerem Verhalten anregen. Doch das führt unseren Blick in die falsche Richtung, nämlich ins Private. Durch den aktuellen Freizeit-Lockdown unterliegt bereits ein Großteil unseres Privatlebens massiven Einschränkungen, der immer mehr Begleitschäden wie psychische Erkrankungen usw. folgen. Weitere Einschränkungen führen hier derzeit nur zu immer absurderen Maßnahmen, wie zum Beispiel das Verweilverbot auf Bänken am Düsseldorfer Rheinufer. Geht es darum, über Ursachen und Maßnahmen gegen die dritte Welle zu sprechen, müssen wir aufs Ganze schauen, auf unsere Gesellschaft, auf unser Gesellschaftssystem. Denn hineingesteuert hat uns in die derzeitige Misere unser kapitalistisches Wirtschaftssystem und die PolitikerInnen, die es verwalten. Diese halten nun seit über einem Jahr den profitfreundlichen Corona-Ausnahmezustand aufrecht. Er bedient vor allem die Interessen der großen Konzerne. Das zeigt sich an verschiedenen zentralen Punkten, mit der die Pandemie verlängert wird. Erster Punkt dazu, Betriebsschließungen. Etwa die Hälfte unserer wachen Lebenszeit verbringt viele auf der Arbeit. Doch genau da gibt es bis heute fast keine Einschränkungen. Erst kürzlich hat sich die Bundesregierung auf die Schulter geklopft, weil die Konzerne erklärt haben, sich an einer Teststrategie beteiligen zu wollen. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie und als Selbstverpflichtung. Wann haben bitte Selbstverpflichtungen schon mal zu grundlegenden Beiträgen der Wirtschaft geführt? Wie sehr auch die Konzerne hätten Schließungen vertragen können, zeigt der Blick auf die Profite der Unternehmen. Autobauer Daimler hat zum Beispiel 4 Milliarden Euro Gewinn im Jahr 2020 gemacht und 700 Millionen Euro Kurzarbeitergeld nebenbei kassiert. Der zweite Punkt sind die Schnelltests. Seit Beginn der Pandemie ist klar, massenhafte Tests müssen Kernbestandteil der Pandemiebekämpfung sein, bis eine Impfung für alle verfügbar ist. Gerade die PCR-Tests benötigen jedoch 24 Stunden oder mehr, bis das Ergebnis da ist. In dieser Zeit können eben schon weitere Personen angesteckt worden sein. Eine Antwort darauf sind Schnelltests. Dass günstige, regelmäßige, millionenfache Schnelltests in Stadtviertel, Arbeitsstellen und Schulen gebracht werden, ist ein Kernbestandteil, um Frühinfizierte zu entdecken, damit diese sich selbst isolieren können. Schon im März 2020 waren erste Verfahren für Antigen-Schnelltests entwickelt worden. Vor einem Jahr. Im Juli 2020 stellte die US-Behörde FDA sogar eine Anleitung für solche Schnelltests online und forderte Großkonzerne auf, diese zu produzieren. Doch es geschah erstmal nichts. Denn solche Tests bringen einfach weniger Profit als aufwendige Laborverfahren. Hierzu erklärte der Virologe Alexander Kekulé schon im September 2020, Zitat, da war es einfach nicht attraktiv für ein Unternehmen, sich selbst Konkurrenz zu machen. Zitat Ende. Erst jetzt gibt es Schnelltests im Supermarkt zu kaufen, obgleich dies schon vor vielen Monaten möglich gewesen wäre und schon früh von führenden VirologInnen kritisiert wurde. Das passiert, wenn man von KapitalistInnen darüber entscheiden lässt, was produziert wird und was nicht. Nun zum dritten Punkt, nämlich den Impfungen. Mittlerweile gehen die Impfungen in Deutschland schneller voran. In der letzten Woche wurden in Deutschland im Schnitt 230.000 Impfungen durchgeführt. Doch auch hier gibt es zentrale Probleme, die mit unserer kapitalistischen Produktionsweise zusammenhängen. Im April 2020 begannen die klinischen Studien zum BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Schon damals hätte man als Regierung das Serum beschlagnahmen sollen, um eine massenhafte Verbreitung vorzubereiten. Was geschah stattdessen? Erst subventionierte man BioNTech mit 4 Millionen. Dann hat man versucht, BioNTech runterzuverhandeln, die im Juli dreist einen Preis von 54 Euro pro Dosis forderten. Und dann hat man im September nochmal mehrere hundert Millionen Steuergeld hinterhergeschoben, um Produktionskapazitäten zu fördern. Doch die Macht über die Impfstoffproduktion hat man bei einem Pharmakonzern gelassen, der dann eben freudig international Verträge abschloss, aber erst später mit Deutschland bzw. der EU. Nicht nur für die Impfung in Deutschland ist das kapitalistische Patentrecht ein Problem, sondern international. Seit Herbst 2020 wurden bereits achtmal innerhalb der Welthandelsorganisation WTO darüber diskutiert, Anleitungen zur Impfstoffproduktion weltweit zugänglich zu machen. Am Mittwoch haben aber erneut führende imperialistische Staaten solche Freigabe von Impfpatenten innerhalb der WTO blockiert. Über 100 Länder hatten dies gefordert, um die Produktion von Covid-19-Impfstoffen für arme Nationen anzukurbeln. Indem die Patente geschützt werden, schadet man nicht nur den Millionen Menschen in diesen Ländern, sondern auch uns in Deutschland. Denn der aktuelle Anstieg wird auf Mutanten aus Großbritannien und Südafrika zurückgeführt. Und das zeigt, solange die Pandemie nicht weltweit besiegt wird, dürfte sie weitergehen. Und deshalb muss der Impfstoff global freigegeben werden. Kommen wir nun zur nächsten Nachricht. Dabei geht es um massive Eingriffe in das Versammlungsrecht. Wie die Taz berichtet, gibt nämlich das Bremer Ordnungsamt, wo Demos angemeldet werden, die persönlichen Daten von VersammlungsanmelderInnen auch an den sogenannten Verfassungsschutz des Landes Bremen weiter. Dies ist bei einer kleinen Anfrage der Linkspartei im Senat herausgekommen. Die Stadt Bremen sieht dies als notwendig an, da nur der Geheimdienst das nötige Wissen für eine sogenannte Gefahreneinschätzung habe. Also ob von der Versammlung Straftaten ausgehen könnten. AnmelderInnen werden jedoch bisher nicht über diese Datenweitergabe informiert. Die Stadt will nun nachbessern und einen Hinweis auf dem Anmeldeformular unterbringen. Bisher speichert Bremen nach einigen Angaben die Daten über einen Zeitraum von fünf Jahren. Neben Name, Adresse und Geburtsdatum werden offenbar auch die politische Haltung und die ethnische Herkunft der Person gespeichert. So wie es die Staatsorgane verstehen. Kommen wir nun zur letzten Nachricht. Dabei geht es um den Tod des 19-jährigen irakischen Geflüchteten Kursai K. Dieser ist am Samstag vor einer Woche in einem Krankenhaus nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei verstorben. Am Donnerstag wurde er im Beisein von hunderten Menschen beerdigt. Bis heute sind die Hintergründe seines Todes umstritten. Derzeit gibt es zwei Versionen. Die offizielle Version lautet so. Nach Angaben der Polizei hatte es am Dienstagabend eine Kontrolle von zwei Jugendlichen in einem Park in Delmenhorst in Niedersachsen gegeben, die Drogen konsumiert hätten. Nachdem sich die ZivilbeamtInnen erkenntlich gemacht hatten, habe einer der beiden jungen Menschen die Flucht ergriffen. Bei der Verfolgung kam es dann zu einer Auseinandersetzung. Dabei habe einer der Fliehenden einen Polizisten geschlagen. Daraufhin sei Pfefferspray gegen den 19-Jährigen eingesetzt worden. Eine Behandlung durch herbeigerufene Rettungskräfte habe er abgelehnt, so die Polizei. Danach habe eine Bereitschaftsrichterin eine Blutprobe angeordnet, woraufhin der Jugendliche in einem Gewahrsamstzelle verbracht worden sei, um auf einen Arzt zu warten. Per Videoüberwachung sei dabei beobachtet worden, wie der junge Mann zusammengebrochen ist. Die BeamtInnen hätten dann erst Hilfe geleistet und den Rettungsdienst gerufen. Diese habe den Jugendlichen in ein Krankenhaus gebracht. Dort soll er dann am Samstagabend vor einer Woche verstorben sein. Die Polizei in Dellenhorst geht dabei von einem tragischen Unglücksfall aus. In den sozialen Medien hört man aber eine andere Geschichte. So sei laut einem Twitter-User dem 19-Jährigen Kosei Hilfe durch die bei der Kontrolle herbeigeholten Rettungskräfte verweigert worden. Auf seine Bitte nach Wasser sei nicht eingegangen worden. Der User beruft sich dabei auf Zeugen, die vor Ort gewesen seien. Es sei außerdem bekannt, dass die Dellenhorster Polizei mit besonderer Gewalt gegen wehrhafte Jugendliche vorgehe. Auch nun, knapp eine Woche nach den Ereignissen, ist einiges unklar. Eine erste Obduktion habe äußere Gewalt als Todesursache ausgeschlossen, heißt es von der ermittelnden Staatsanwaltschaft Oldenburg. Das schriftliche Ergebnis einer zweiten von der Familie beantragten Untersuchung steht derweil noch aus. Am Mittwochnachmittag wandte sich die Familie von K. über die Kanäle der jesidischen Gemeinde Oldenburg erstmals an die Öffentlichkeit. Sie bedankte sich für das ausgedruckte Mitgefühl über den Verlust ihres Sohnes. Ein klares Bild über die Umstände des Todes hätten sie aber noch nicht, versuchen dies aber auf dem Rechtsweg zu erlangen. Ob dies gelingt, bleibt jedoch abzuwarten. Fälle wie Uri Jalloh und Ahmad Ahmad zeigen, dass vor allem öffentlicher Druck ein zentrales Element für Aufklärung ist. Zuletzt möchte ich noch kurz auf die Aktionen zum Internationalen Frauenkampftag hinweisen, die am 8. März stattgefunden haben. Eine spannende Auflistung internationaler Aktionen findet ihr in einem Artikel, den wir unten verlinkt haben. Das war es auch schon wieder mit den Lockdown-News. Wir sehen uns bald wieder. Teilt und verbreitet das Video gern.